Hättest du gedacht, dass es das jetzt in After Robotics gibt? FNAF KILLER IN PURPLE 2 Ich wollte hier mal noch kurz... Ja, ich habe die Location ein bisschen ausgebaut. Ich wollte hier ein paar Dingerich hinstellen. Wo waren das? War es Decoration? Es gibt Haufweise Sachen, aber es gibt auch Arcade-Automaten. Wo waren die? Wo waren die? Es gab Arcade-Automaten. Dort weiß ich. Ah, da. Weil ich möchte gerne mal die ganzen Automaten von mir hier hinstellen. Dass es einfach nicht so traurig ausschaut. Und ich glaube, die haben alle ein Minigame. Ich glaube es nämlich. Es gibt ein bisschen viele Automaten. Aber wir stellen alle hin. Because of the reason. Ich bin auch doof. Ich hätte auch hier welche hinstellen können, dann hätte es einheitlich... Das mache ich vielleicht auf Screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann mache ich vielleicht 4. 4, dann sieht es cooler aus. Let's play was. Ach, das ist ja dingerig. Ihr wisst schon. Alter, dass es tatsächlich im Spiel ist? Ich weiß auch nicht mehr, wie das ging. Musst du da nicht irgendwie zu bestimmten Stellen hinglitschen? Und ich kann aus dem Spiel nicht raus? Ja, ich habe schon das Spiel neu gestartet. Auf den Messer gezogen. Läuft. Okay. Das Blöde ist, ich habe nicht gespeichert. Das heißt, die Arcade-Automaten sind jetzt nicht in der Location. Aber egal. Ich wollte es ja eh anders dingseln. Weißt du schon? Ordnen. Wollen wir schon in den Helikopter. Weil ich wollte eigentlich auch woanders hinfliegen. Nachdem das mit Afton Robotics gerade nicht geht. Wo wollte ich lang? Ja, ich wollte, glaube ich, zum Korf Manor, glaube ich. Ach, da ist JR's. Da ist JR's. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte! Dass ich da irgendwie... You know you can't be here. Ja, ja. Wie war's? Ich weiß noch nicht mehr, wie ich... Aha! Und das wiederum heißt Afton Robotics. Warte, 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 warte. Warte, warte. Juniors gehen wir später rein. Juniors, das ist gerade... Keine Ahnung, was für ein Wort. Nicht relevant. Jetzt. Factory. Unlock Juniors. Ah! Und schon haben wir... Oh. Oh, da komme ich gar nicht rüber. Oh, oh. Okay, das heißt eins. Wir müssen den Helikopter nehmen. Oh, ja. Den Helikopter nehmen. Weil da kommst du mit dem Auto nicht hin. Keine Chance. Schaut euch das an. Wie willst du da rüberkommen? Du brauchst schon einen Helikopter. Will ich mal kurz... Äh. Ui. Ach, der ist ja da oben auch. Der ist ja da oben auch. Enter Factory. Oh. Was? Desmantling? Ah ja, stimmt. Ja, da war ja was mit Desmantling. Der Dumpster. Die ganzen Kinder. In die einzelnen... Bauteile? Vorsichtig gesagt. Oh, was? Oh, warte mal. Was? Was kann ich hier machen? No Animatronic found? Wir können uns unseren eigenen Animatronics zusammenbauen. Oh, nein. Ernsthaft? Part Selection. Warte mal. Funtime? Mangle? Ja, Left Foot. Right Foot. Oh, das ist so sweet. Oh, so der Ultimate Animatronic. Oh, ho, ho, ho. Alter, ernsthaft? Okay, das sieht irgendwie... Das sieht irgendwie verstörend aus. Wow. Was kannst du... Hast du die ganzen... Oh, ja, du hast... Das Wetterfra... Ah ja, das ist mein Wettercheakerhead. Sieht witzig aus. Lower Arm, warte mal, gibt's da... Ah, aber ich habe... Ups. Ich habe nur... Zwei hier. Achso, das ist das hier, okay. Torso. Wow. Das ist schon ein bisschen... Nee. Ich würde gern... Gibt's da? Hoi, Mangle gibt's nicht, oder? Nö, Mangle gibt's nicht. Machen wir Balloon Boy, just for the hack of it. Freddy? Ja, ich habe... Ich weiß nicht, ob ich da Sachen freischalten kann, theoretisch. Ich weiß es nicht. Wow, aber das sieht irgendwie... Das sieht irgendwie komisch aus. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Ah, und das war's. Kann man's? Ah ja, Customization. Safe. Electronic Name. T, 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 T. So. Gut, wir haben gespeichert. Schaut euch mal den Animatronic an, aber... Ich glaube, ich muss da noch mehr freischalten. Ich glaube, da muss ich noch mehr Animatronics freischalten, dann habe ich da Zugriff auf mehr... Ist da oben? Okay. Lass mich mal... Da ist was. Secret Hatch. Dann hatch mir mal in The Secret. Oh. Ist das das hier? Oh ja, ich glaube, wir müssen... Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, was gleich wieder passiert. Werden wir ja falsch rennen. Ich will doch nicht falsch rennen. Ich renne jetzt einfach mal immer straight to ihm. Wow. Wow. Backroom. Ach, haben wir dann nicht sogar ein Ending freigeschalten? Warum sind wir hier? Du... Du hast uns verletzt. Ja. Wir hatten ein Leben. Eine Familie. Und du hast das von uns genommen. Und du werden bezahlen. Für die Gründe, die du verletzt hast. Warte. Ist das du? Henry? Du glaubst wirklich, ich war tot, nach dieser Nacht. Woher? Woher bist du? Why did you even want to speak to me? I told you never to speak to me again. Again. Ich glaube, das ist einmal mal gesehen. I know. Which is why I brought you up here. To do what, might I ask? To murder my last victim. You. Wait, what? Did you really think I would let you walk around after what you did? William. Please don't do this. You can still make all of this rights. You're not a murderer. That's the thing, Henry. I am the killer in purple. William. Goodbye, old friend. Lion King vibes, aber sowas von. Long live the King. The Purple King, sozusagen. Nicht allein, oh Gott. Nicht allein King, sondern der Purple King. Oh Gott, jetzt hab ich das irgendwie im Kopf. Ich glaub, das war sogar ein Ende, was wir dadurch jetzt freigeschalten haben. I knew you were still alive, since your body was never found. So I knew you were coming back for me someday. In the last few months I did some research. And what would you know? The souls of the children lived in the animatronics. When a soul is restless and it dies, it will find something to fill that restless part for those children that was revenge. Now I will take my revenge. Wir wissen, was da passiert. Yep. Keine gute Idee. Mm-mm. Aber da hat's überlebt. Aber da hat's überlebt. Seht ihr das links? In den Grabstein? And William returning from the dead after I walked from the way. And his grandson, Jim, returning to the pizzeria in Hurricane. As well as that cursed part of Horrors. But those are different stories. Until then, I want to thank you for listening to the crimes of William Afton. Go live your life, knowing you helped finishing this story of the killer in purple. Aber da fehlt doch ein Buch. Und da ist irgendwie was hinter so Spinnennetzen. Ich weiß nicht, ob er das skippen kann. Da ist nämlich kein Buch drin. Ja, Killer in Purple, Killer in Purple 2, Back in the 80s und alle Spiele, die er gemacht hat. Living Nightmare, Park of Horror. Aber da fehlt ein Buch. Da fehlt ein Buch. Und das ist wahrscheinlich das hier. The Parts Within. Hat er das im letzten Update schon mal gezeigt? Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Ich weiß es nicht mehr. Aber es könnte ein kleiner Teaser sein für sein nächstes Projekt. Könnte sein. Weil das war so das letzte große Killer in Purple 2 Update. Lass es erstmal gut sein mit Killer in Purple 2. Wir schauen auf jeden Fall noch weiter. Keine Sorge. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und damit geht's nicht mehr. Und damit geht's nicht mehr. Und damit geht's nicht mehr. Bis zum nächsten Mal.